Es bimmelt schon wieder am Bärensee. Am Bärensee lübt es zur Zeit ganz gut. Nicht nur auf Arland, Babe, nee, natürlich auch auf Karpfen und Co. An welchen Stellen außer den drei wichtigen es auch noch läuft, zeige ich dir jetzt. Also, der Spot ist auch nicht gänzlich unbekannt. Auch hierzu gab es schon mal ein Infovideo. Ich bin jetzt gerade hier an der Stelle auf 30 Meter weit draußen mit dem etwas feineren, leichteren Set. Und zwar mit meinen Fiederruten. Oha, der hat ein bisschen Bock. Und mit den Fiederruten bin ich eigentlich gerade hier auf der Suche nach Arland. Arland wurde ja ein bisschen geboostet. Das heißt, wir bekommen vom Arland jetzt mehr Silber oder für einen Arland. Ich hatte das nochmal kontrolliert, hatte mir Arlande rausgezogen am Moskitosee. An dem letzten Moskito-Trophy-Spot sozusagen. Ich verlinke das am besten auch nochmal. Der Spot funktioniert nach wie vor. Allerdings ist die Frequenz nicht so fantastisch. Hier sehe ich gerade im Chat auch schon wieder den nächsten Arland. Also, wir suchen auch gerade Arlande in der Community. Wenn du also Bock hast, auch einfach mitmachen. Bock auf die Community. Wenn du da Lust drauf hast, dann einfach mal unten schauen. Unter dem Video ist der Link zum Discord. Ja, Arland, wie gesagt, so im Bereich von 1 Kilo, 2 Kilo sind da ungefähr pro Fisch 3 Silber so grob aufgerundet. Um die 3 Silber oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Also, wie gesagt, so grob um die 3 Silber mehr pro Fisch. Was gar nicht so schlecht ist dafür, dass man den ja, wenn der Spot läuft, auch ganz gut fangen kann. Andere Stelle, ich muss mal hier das PVA gerade runter machen. Andere Möglichkeit, wie gesagt, jetzt auch wieder ganz gut Kohle zu machen, ist hier gerade am Bärensee mit verschiedensten Ködern. Wir hatten gestern noch im Livestream ein bisschen wild getestet. Und zwar hatte ich gestern gut eine Stunde oder ich würde fast sagen zwei Stunden auch vorm Stream schon komplett auf Eierteich getestet. Eierteich am Bärensee. Eierteich am Bärensee hat wirklich gut funktioniert. Ich hatte anfangs noch an dem Spot mit Kaviar rumhantiert. Das heißt, da war eine Mais-Kaviar-Kombination war dann im Wasser als Futtermische. Und da drauf sind dann oder ist dann tatsächlich auch eine Schleintrophy reingeballert. Ich zeige gleich nochmal eben den Spot. 55,63 müsste das sein. Genau hier oben der Spot. 21 Meter. Hier so leicht schräg rüber. Über so eine Schilfkante, die hier so ist. Also hier so in Richtung dieser tiefen Ecke. 21 Meter rund. Hat super funktioniert. Und hat tatsächlich, ich sag mal, ganz gut geliefert. Jetzt suche ich halt wie gesagt gerade A-Land. Und ich muss sagen, ich habe bisher noch keinen A-Land gefunden. Ich teste jetzt gerade schon hier unten diesen Bereich ab. Habe hier probiert, habe hier probiert, wo die Muschelbank ist. Und es ist halt tatsächlich gerade ein bisschen tricky, einen A-Land zu finden. Hier an der Stelle ist auch wieder, also hier unten ist eine Muschelbank auf 16 Meter. Also hier befindet sich eine Muschelbank genau gegenüber von diesem Nöbel. Genau in die Richtung, 16 Meter weit, landet man genau auf der Muschelbank. Hier ist auch nochmal eine Muschelbank, ungefähr so um die 30 Meter herum. Also auch dahin ballern, funzt. Deswegen bin ich gerade mit dem Setup hier unterwegs, komplett auf Muschel. Ja, das Setup an sich, wie gesagt, gar nicht so ganz groß aufgebaut. Ich bin ja hier, wie gesagt, mit den Fiederrouten unterwegs. Man könnte sich hier wahrscheinlich auch mit normalen Teigen hinstellen. Klassisch irgendwie, vielleicht mit der Schlaufenmontage oder so. Und dem Futterkorb. Und dann habe ich hier aber jetzt, wie gesagt, mal mit Boilies probiert. Krabbe, Muschel ist jetzt hier gerade drauf. Auf dem zweiten Setup ist hier Muschel nur als Mais. Pop-up-Rig. Und dann haben wir hier auf dem dritten Setup einmal hier auflösende Boilie. Krabbe, Muschel, Soluble. Und dann wieder hier der Muschel-Dip. Am besten funktioniert gerade tatsächlich klassische Haarmontage mit Krabbe, Muschel, 14. Hat am meisten geliefert bisher. Und sieht bisher auch, wie gesagt, ganz gut aus. Ich hatte gerade eben schon den Kescher verkauft. Das heißt, den vorherigen Kescher von hier unten. Auch da sah das ähnlich aus. Also es gehen hauptsächlich halt so Schuppenkarpfen rein. Auch im entspannten Bereich. Das heißt, man hat eine, ich sag mal, eine ganz vernünftige Frequenz. Und gewichtsmäßig keine gewaltigen Ausreißer gerade dabei. So, dass ich jetzt hier mit diesem feinen, leichten Setup hier groß in die Bredouille komme. Ja, das sieht ja auch gar nicht schlecht aus. Nächster bis hier auch schon wieder auf dem Setup. Ja, die kleinen Boilies, wie gesagt, machen natürlich da dann auch den Unterschied. Wenn man hier auf, ich sag mal, nicht ganz so große Brocken aus ist. Und vielleicht noch nicht so ein ganz gutes Setup hat. Dann kann man das halt hier ganz gut machen. Etwas kleinere Boilies. Und ran damit. Und noch besser wäre es halt, wie gesagt, wenn man wirklich einen A-Land-Spot findet. Dann halt komplett durchziehen auf A-Land. Bäm. Der kleine Schäbbige. Ja, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen weiter testen. Das heißt, für mich geht es jetzt gleich dann noch weiter. Nach diesen drei Spots. Also hier 16 Meter an der Stelle auf die Muschelbank. Hier hatte ich auch hingeworfen auf 30 Meter auch schon. Da ist keine Muschelbank, aber das ist so ein schlammiger Bereich in der Area hier. Dann, wie gesagt, jetzt hier die Stelle auch wieder auf 30 Meter. Dann geht es gleich nochmal auf den klassischen 44,50 auf 21 Meter. Dann weiß ich noch nicht genau. Wahrscheinlich werde ich hier in dem Bereich nochmal testen. Und zwar ist ja hier einmal so eine Schilfkante. Vielleicht werfe ich da auch nochmal hin. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher. Hier war ich schon lange nicht mehr in der Area. Ja, 55,63 auf jeden Fall nochmal testen. Auch wieder mit dem gleichen Setup, was ich jetzt gerade habe. Auf 21 Meter. Und dann geht es hier oben. Hier steht nochmal ein Baum. Hier muss ich dann auch nochmal gucken an verschiedenen Schilfkanten entlang. Entfernung bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Muss ich mir gleich nochmal anschauen. Aber das sind glaube ich gerade so die wichtigsten. Eins, zwei, drei, vier Spots. Fünf Spots auf jeden Fall gerade am Bärensee. Diese fünf werde ich auf jeden Fall... Erstmal wieder raus damit. Diese fünf Spots werde ich auf jeden Fall gleich noch weiter beangeln. Ich verwende tatsächlich auch gerade eine Futtermische. Das ist natürlich Futtermische an den Spots, die jetzt nicht so weit draußen sind. Also ich sage mal so 16 bis vielleicht 20, 21 Meter. Da kann man natürlich die Futtermische auch in Bällchenform verwenden. Wenn man jetzt hier so weit raus will, braucht man entweder eine Futterrakete oder eben PVA. Auch was dran. Komm, 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 komm. Erster bis hier auf Muschel. Erster bis auf Muschel-Pop-Up. Sonst war hier die ganze Zeit klassische Haarmontage weit vorne. Und da geht der erste A-Land drauf. Ach. Das ist ja mal interessant. Der erste A-Land. Hm. Vielleicht sollte ich mehr auf Muschel-Pop-Up gehen. Nur Mais. Einfach Pop-Up, zwei Maiskörner und gib ihm. Hm. Das ist ja interessant. Naja, wobei letzten Endes die Frequenz ist halt auf den anderen Routen hier besser gewesen. Hier bimmelt es auch schon direkt wieder, ne? Zack. Also Frequenz ist auf den anderen Routen besser. Aber wenn man jetzt speziell komplett mit drei Routen Pop-Up Mais geht und mehr A-Lande fängt, wäre das nicht schlecht. Warte mal, ich baue das hier mal um direkt. Bauen wir mal direkt um. Hier lässt auch gerade auf den Köder so ein bisschen nach. Und dann machen wir das mal eben hier. Zack. So passt das. Eben auf Muschel. Zack. Und Muschel-Soße ist schon drin. 30 Meter ist hier geklippt. Schön raus damit. Ja, passt ganz gut. Und dann haben wir jetzt hier den zweiten Köder auf der Muschel-Bank. Ja, so sieht es aus. So ist der Plan. Wie gesagt, kohlemäßig gut, dass die halt ein bisschen mehr Kohle bringen. Schön wäre es, wenn es mal mehr aktive A-Land-Spots geben würde. Deswegen sind wir auch in der Community gerade auf der Suche. Der Spot am Mosquito, da hatte ich ja ein bisschen Hoffnung, weil es hieß Mosquito hat vielleicht jetzt ein bisschen, da ist es vielleicht ein bisschen leichter Fische zu fangen. Man hat vielleicht eine erhöhte Frequenz. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Katastrophale Frequenz. Aber es gehen halt die A-Lande rein. Das heißt, wenn man da die Trophy sucht, wie gesagt, da einfach nochmal in dem anderen Video schauen. Es wurden einige A-Land-Trophys auch schon gefangen. Aber es ist halt tricky und es dauert leider halt lang. Achtuba auch schon lange keinen A-Land-Spot mehr gehabt. Ja, und jetzt, wie gesagt, teste ich hier oben gleich nochmal ein bisschen weiter, ob hier noch was geht. Ansonsten, ja, immer mal wieder ein netter Beifang. Ich habe auf der Liste noch verschiedene andere Spots. Hatte ich heute auch schon im Discord gepostet, wo ich zuletzt in der Vergangenheit A-Lande gefangen habe. Testen, rausziehen den Brocken, Futter mische. Genau, da gucken wir nochmal schnell rein. Ich glaube, dann haben wir aber auch alles. A-Land hatte ich jetzt gerade als PVA gemacht. Beziehungsweise, ich hatte gleich, glaube ich, einfach nur eine Futter mische. Genau, das ist das Ding. Haferflocken ist beim A-Land als Basis drin. Erbse ist als Basis mit drin. Und der Rest ist eigentlich dann komplett auf Muschel getrimmt. Man könnte vielleicht noch eine Komponente Muschel rauslassen und vielleicht tatsächlich den ollen Keks noch mit reinmischen. Das werde ich mit der nächsten Futter mische machen. Und dann lasse ich drei Komponenten, also A-Land, A-Land, A-Land und Muschel, Muschel, Muschel. Drei Komponenten A-Land aus der klassischen A-Land-Futter mische. Und nur die Soße, das ist einfach nur Sonnenblumenöl, das kann man auch durch was anderes ersetzen. Und dann eben Pellets, Feed-Pellets, irgendwie sechs und acht. Und dann Muschelsoße. Und dann hat man, glaube ich, eine ganz gute A-Land-Mische. Irgendwo ist, glaube ich, schon wieder was dran. Ja. Also, es geht weiter hier. Ich ziehe noch ein bisschen raus und teste weiter und suche weiter. Wenn du einen A-Land-Spot gefunden hast, gerne auch unter das Video posten oder halt im Discord. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin, Petri. Bis dahin, Petri.